Ja, das besteht aus, nein, ich habe falsch angefangen. Das zweite Stück ist ein Song, der heißt Spirit Song, also sozusagen der Song der Seele oder des Geistes oder des Gefühls, wie man es sehen möchte. Und das ist für mich als Musiker auf der Bühne oder auch zu Hause oder im Studio eine Art Meditation, die ich dann sozusagen vollführe oder spiele. Und ja, ich würde euch einfach dazu einladen, daran teilzuhaben, an dieser, ich würde sagen, meditativen Reise. Also viel Spaß beim letzten Song. Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.